Ja und damit erstmal herzlich willkommen hier zu diesem Freitagabend-Stream. Eigentlich hätte dieser Stream gestern schon stattfinden sollen, aber aus gesundheitlichen Gründen konnte ich das nicht machen. Also findet er heute statt und heute steht alles im Zeichen der Dampflok. Zwei Fahrpläden habe ich mir heute rausgesucht, die wir fahren werden und beide haben es in sich. Und der schwierigste davon ist der allererste. Ich mache mal ganz kurz den Spielsaal mit an, wobei noch hört sie noch gar nichts, erst nach der Pause. Wir werden hier mit der Jubilee Class den Campion Mountain Express auf der West Coast Main Line fahren. Und das Spezielle an der Strecke ist, es geht die ganze Zeit bergauf. Ja, Fahrzeit knapp 70 bis 80 Minuten. Und die Frage ist, ob ich das auch schaffen werde. Die Jubilee Class von Bossman Games, die wir jetzt gerade hier haben. Das ist eine Advanced Dampflokomotive. Das heißt, man sollte vielleicht ein bisschen Ahnung haben, wie man sie fährt. Ansonsten bleibt man stehen. Ja, wie schaut unser Zufallband aus? Wir haben, ich glaube, elf MK1-Wagen drin in der Maroon-Lackierung. Und dann haben wir hier noch die drei Wagen, die ich noch im letzten Moment hinzugefügt habe. Danke an Skydrick. Sind aber ebenfalls MK1-Wagen. Ich glaube, Crimson-Lackierung nennt sich das. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich würde sagen, ich gehe mal aus der Pause raus und wir machen mal unsere Dampflok klar. Und währenddessen werde ich erstmal die Musik ausfaden. So, also, raus aus der Pause. Dann haben wir hier den Sound, unser Dampflok. Und wir gehen mal ganz kurz rein. Das Erste, was ich machen werde, ist... Den automatischen Feuermann anmachen. Der wird die Kohle reinschaufeln. Das ist auch das Einzige von dem Manuellen, was ich machen werde. Was ich an die Automatik übergebe. Ich werde noch einstellen. Da ist soweit der Trimmer. Dass die Warnings für High and Low Water drin sind. Und Ejector wollte ich eigentlich nicht automatisch haben. Ich muss nochmal auf 3 gehen. 2 Das Spiel, glaube ich, war gerade ein bisschen laut. So. Was ist denn Level 3? So, Fahrregler machen wir maximal nach vorne. Sehr gut. Und Zylinderhähne offen. Ja, also, ich werde soweit die Lok erstmal fahren. Alles, was Wasser betrifft, muss ich selber machen. Inklusive den Ejectoren. Und die KI übernimmt das Einheizen. Soweit sie es kann. Ich hoffe, das wird klappen. V-Max für unseren Zug ist 70 Main pro Stunde. Das werden wir aber garantiert nicht erreichen. Ich muss erstmal schauen, dass ich überhaupt den Berg raufkomme. Und moin, Christian. Ich hoffe, du hast eine gute Woche gehabt. Und genießt jetzt dann den Anfang des Wochenendes. Und wir haben die Ausfahrt. Wunderbar. Ich glaube, ich kann das Spiel ein bisschen lauter machen. So. Und dann sind wir bereits zur Abfahrt. Und dann sind wir bereits zur Abfahrt. Zylinderhähne sind offen. Das machen wir für den Moment offen. Den großen Arm können wir wieder zumachen. Seit dem 19.12. Also Zwangsurlaub oder selbstgewählter Urlaub. Sagt es mal auch, ob die Dampflok nicht zu laut ist. Aber es sieht so aus, als wäre es gerade noch in der Norm. Jetzt ist ja noch alles harmlos. Aber gleich geht es los mit der Steigung. Das Interface werde ich nochmal ganz kurz so einstellen. So. Wunderbar. Oh. Zwangsurlaub. Ja. Das ist doch nicht so schön. Bis trotzdem gut ins neue Jahr kommen. Trotz des Zwangsurlaubs. Ich glaube, wir können schon mal Gas geben. Was wir jetzt schon mal machen werden, ist die Wasserzufuhr auf der rechten Seite öffnen. Und die Dampfejecture auf der linken Seite. Das sehen wir auch optisch. Das arbeitet hier. Den werden wir auch die ganze Zeit offen lassen. Das heißt, der wird dann ungefähr anderthalb Liter pro Sekunde von den Lock rein pumpen. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht reichen wird. Wir werden dann den zweiten Injektor öffnen müssen. Oh, ich gehe da mal zurück. Oh, ich bin jetzt schon zu niedrig mit dem Kesseldruck. Ich werde schon mal ganz kurz den Blau anmachen. Ja, so meiner ist schon. Kann mir jetzt nicht beschweren. Ja, wunderbar. Wir haben einen positiven Druck. Das passt. Sehr gut. Ich glaube, wir haben einen vollen Regler hier. Das Coole ist, wir haben hier recht viele Ansichten hier. Also im Vorderstand schon mal einige. Und hier auf der Seite noch. Ah, ne. Funktioniert. Ah, okay. Ja. Ich bin vorher mit der Bosman Games Black 5 noch gefahren. Da hatte man hier noch die Ansichten hier bei der Schmierbox. Die konnte man dann nachfüllen. Auf beiden Seiten. Und man konnte die Füllstände vom Sand noch nachprüfen. Das geht bei der jetzt hier nicht. Schade. Aber ich schau mal, dass wir den richtig guten Zettel vorne drauf haben. Wir brauchen den Cumbrian Mountain Express. Wunderbar. Hammer drauf. Wasserlevel geht nach unten. 3.450 Galonen. 3.450 Galonen. Und wir haben noch einen geplant. Ne, Moment. Wir haben noch ein paar Vias. Und ein paar. Das ist dann der letzte Halt. Wir verlieren dann Schwierigkeit hier. Wir werden jetzt schon mal ein bisschen Fahrregler arbeiten. Lassen wir mal nach oben wandern. Moin, brach hier. du hast über 45 lassen wir ihn weiter nach oben drehen ja okay wir werden schneller also meine größte sorge wird zu wasser sein das blöde ist dass die anzeige jetzt wo jetzt 79 prozent steht nicht stimmt es ist nämlich sehr davon abhängig wie die schräge gerade ist von der beschleunigung jetzt haben sie ganz gut umgesetzt das muss ich mit ein bisschen gefühl arbeiten hier weil gerade jetzt was bergauf geht ist das was dann auf der hinteren seite dann stimmt das auch mit den gläsern hier nicht ich glaube ich bleibe mal in dieser Ansicht habe ich gesehen noch sind wir 21 gespielt im playtest würdest du sagen kaufen oder weniger schwierige frage ich würde sagen simrail hat auf jeden fall potenzial das zeigen sie auch und aus dem kommt ein richtig guter simulator werden und das was ich aus dem playtest sehen habe ist dass der zwickler sehr auf das feedback von der community eingehen und das ist noch nicht perfekt was er dann machen das wird auch zum release nicht perfekt sein dafür ist jetzt seid nicht da aber ich würde sagen ja kaufen weil jetzt die konkurrenz anschaut mit trends in world und ts classic ist simrail wenn dann schon ebwürdig zu ts classic und trends in world ist zu überholen ist keine große kunst aber wir haben da was mächtiges in der hand wir müssen es nur umsetzen aber ja doch wohl das glaube ich das geld ist es wert aus dem wird schon was es braucht auf alle fälle seine zeit ich meine das ist quasi eigentlich der nachfolger von ts classic und so wie es eigentlich darf der geldseite machen soll aber nicht getan hat was zwei minuten slow chat habe ich aber nicht bewusst eingestellt zwei minuten slow chat das muss ich jetzt mal ganz kurz überprüfen wir denken doch kein slow mo das angezeigt zwei minuten marken ja dann schaue ich mal ganz kurz auf switch wo ich das umstellen kann noch dabei dass ich die dampflugmaschinen weiter fahren kann was 4 ich wüsste es noch nicht mal wollte es effektiv einstellen im moment Ja, nix damit sie verhaut. Mann, wo macht man denn das? Au, die shit. Ah, Twitch. Wo ist das ein blöder Slow-Mode hier? Also wenn ich eins nix, ah, nicht kann, dann ist es wirklich Multitasking machen. Okay, ne, ich seh's grad irgendwie nicht. Jetzt mit dem Slow-Mode. Ähm, weiß mal schon, was es kosten wird. Also wenn FDL ist, geil. Scheine, dass es nicht DSW gibt. Äh, bin einer, der hat halt gerne mit SIFA-PCB und PCB fährt. Ah, SIFA. Äh, bin mir gar nicht sicher. Ich meinte, sie hätten es mal irgendwo erwähnt gehabt. Aber ich weiß jetzt grad wirklich nicht, was es kosten wird, final. Wenn's jemand weiß, gerne in den Chat reinschreiben. Moment mal. Ist jetzt der Slow-Mode weg? Kann das sein? Ah ja, cool. Glaub ich hab's geschafft. Kein Slow-Mode mehr. Wir sind jetzt schon zwei Minuten zu spät. Für Ochsenholm. Ja, läuft schon mal gut. Ja, dann verbrennen wir mal ganz ein bisschen Dampf hier. Wir sind ja eh schon ein bisschen drüber. Ah, ist jetzt schon echt zu kämpfen hier. Aber sieht schon schön aus hier in dem Wagen. Gefällt mir. Kurz umschalten. Auslandssicht, Auslandssicht, Auslandssicht. Ja, ist noch der eine Wagen. Okay. Da fordert dann schon die Dampflocken. Es ist nicht zu spät, ein Rumpel hier zu sein. Hahahaha. Ja. Jawohl fahren. Aber ich würde ja gerne schneller fahren, aber ist nicht. Das ist schon mal ein bisschen nach oben. Das Gesseldruck geht schon mal wieder nach unten. Aber wir werden schneller. Oh, jetzt wird's schnell. Oder drehen. Oder drehen. Ich mach mal Sorgen ums Wasser. Also wir haben die Befüllung jetzt übers Dampfwetil über eine Seite. Ja, aber das reicht nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal ganz kurz die zweite Seite aufmachen. So. Offen. Zweites Methil offen. So. Ja. Das sieht man jetzt auch hier. Da läuft's. Jetzt, da läuft's. Aber damit kühlen wir jetzt unsere Lok ab. Ja. Aber ein bisschen mehr Wasser hätte ich schon gern drin. Ein bisschen mehr Wasser hätte ich schon gern drin. Ja. Ja. Das ist sowieso Abfahrt. Um zwölf. Heute. Zirka zwei Stunden später. Und dafür ist die Verspätung aus vorherigen Fahrten. Haha. Ich meine. Ich bin ja sowieso. Die Verspätung für alle Züge irgendwie. auf der Strecke. Ich meine, die dürften hier 110, 120 fahren. Und ich guck da mit meinen 45 Minen pro Stunde durch die Gegend. Und hab auch noch freie Fahrt. Ich war grad in Oxenholm. Welch da ist der Fahrnetzleiter? Ich hab mich auf die Seite genommen. Und hätte mir die ganzen Expressen vorbeigelassen. So. Aber Stichwort Geschwindigkeit. Nach oben drehen. Ich erinnere mich hier so ein bisschen an den Hawkpots Expressen. So wirklich viel wird jetzt nicht fehlen. So. Wir machen jetzt mal das zweite Ventil zu. Und da hinten. Und für den Moment auch das erste. Dann schauen wir mal, was das Wasserlevel sagt, wenn wir hier auf der Halbwegsbaden sind. Und dann gucken wir mal. Und dann schauen wir mal nach oben. Die Lok nutze ich gerade. Die Geschwindigkeit. Ah, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Mit wie viel Tonnen Kohle sind wir am Anfang gestartet? Der Verbrauch wäre jetzt noch interessant gewesen bis zum Ende. Kann ich mal ganz kurz auf YouTube oder Twitch an den Anfang ums Ziel zurückgehen und mal kurz schauen, was die Anfangs-Tonnenbahn, also jetzt sind wir bei 8,71. Fragt mich, wie viele Kinder letztendlich versucht haben, zum Preis 9,34 zu kommen, um nach Hellbots zu kommen. Ich vermute schon einige, weil beim Originalbahnhof gibt es mittlerweile eine eigene Harry Potter-Station wegen 9,34 und entsprechenden Fotobroof. Also ich glaube, da dürfte es ein paar Kandidaten geben haben. So, dann schickt der 1 wieder auf. Jetzt sehe ich doch mehr. Oder Water Level 5,62. Ach, ihr Kinder haben noch 3, welche dann von einer massiven Ziegel stellen soll zu schmettern zu werden. Ja, wortwörtlich, ne? Sag mal, was hast eigentlich du so, dass du das neue Jahr so gemacht? Ich mache den zweiten Injektor wieder auf. Ich hoffe, der ist auf. Fällt mir gar nicht, dass wir jetzt da bei 1,51 sind. Ja, aber was auch das Glas. Schaut alle geil aus. Schaut alle geil aus auf der zweiten Seite. Subnautica. Also generell, dass er Subnautica oder Raps sei, was Besonderes dafür. Ja, schon langsamer. Ich glaube immer genau, den X-Pass gibt es hier wirklich. Aber auf der WC-Mail, auf der Teilstrecke, wird es ja eigentlich von einer Glas-Exte-7 oder einer Glas-Exte-6 gezogen. Nicht von der Dampflug. Ich hoffe, ich kann genau aus den Gründen, wenn wir hier so langsam umkrebsen. Auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke. Verbote, Volldampf, ja. Die Frage ist, komme ich auch wirklich an? Ich darf den Kesseldruck nicht verlieren. Ja, so ein bisschen werde ich es noch hochgehen lassen. Dann machen wir wieder zu. Zumindest beim zweiten Injector. Okay, wir machen mal den zweiten Zug. Und ist zu. Passt, läuft da noch einer. Was ich mit dem Injector meine. Nein, also es gibt quasi zwei Wasserzufuhren von einerseits links, rechts und beide laufen mit einem Timer, den ich auch noch einstellen kann. Und einer ist eigentlich die meiste Zeit durchgehend offen, gerade wenn es ja auf Volldampf fährt. Also knapp anderthalb Liter pro Sekunde sind es momentan, ungefähr vor und reingehen in den Kessel. Und mit dem zweiten, den nutzt man eigentlich dann nur, um das abzutoppen. Oder wenn der erste nicht reicht. Oder wenn ich den Timer fast eingestellt habe. Oder wenn man den Timer erst gar nicht einstellt, so wie ich. Dann hilft der zweite. Aber das Ding ist halt, wenn beide offen sind, dann küll ich meine Lok ab. Und dann kriege ich keinen Kesseldruck mehr zusammen. Also das ist ein Spiel mit den Einstrengern momentan. Was für eine Fähigkeit. Also wir haben mal eine LMS 5XB Jouveli Class. Ich bin nicht so fährt, wie ich das will. Werden langsamer. Und das gefällt mir gar nicht. Nochmal ganz kurz den ersten Injector zu. Wir brauchen mehr Leistung. So kann man sehen, sind die Blauer an? Ja, die Blauer sind an. Und den Temper auch. Ja, das ist eine englische Dampflug. Okay. Wir füllen gerade krass an Geschwindigkeit. Heizer, bitte mehr einheizen. Wir machen doch die ersten Injector wieder auf. Ja, das wird jetzt spannend mit der Geschwindigkeit. Ohne, ich brauche noch mehr Kesseldruck. Ich wäre mal froh, wenn wir wieder auf die Nähe von 200 hinkommen könnten. Das sind wir jetzt. Knapp 45. Ich muss fast ein bisschen höher gehen. Was? Neues Rollfell? Das war doch gar nicht so laut. Jetzt kann es doch nicht sein, dass du so langsam wirst hier. Ah, bitte tu mir das nicht an. Ach, come on. Und der Wasserstand macht sich besser. Oh, ich glaube, wir kommen nicht an. Also wenn es jetzt hier nicht bald irgendwie gerat wird, habe ich schon ein Problem. Oh, ich glaube, wir können ein paar Wagen abhängen. Die ganzen Interessen hinter uns, die meinen sich so aufregen. Oh, ich glaube, wir werden schneller. Lauf. 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 Er ist überhaupt nicht leistungsschwach, aber wenn er dann knapp zwölf Wagen hinten dritter hat, dann muss er jetzt schon mal ein bisschen arbeiten. Das sind keine leichten Wagen. Okay, da mal Wasser, links mal kurz abdrehen. Okay, beide Nektoren offen. Oh mein Gott, jetzt jetzt hier nach unten. Bitte, sag ich auch. Ja, der ist gerade ein bisschen arg laut. So. Nice, jetzt läuft's. Wir sind hier bei 200. Und da hat. Und da hat. Wir sind hier bei 200. Ja, ich habe mir die Strecke ganz bewusst ausgesucht, um zu schauen, ob ich es wirklich schaffe, so eine Advanced-Dampflokke wirklich mehr über den Berg zu bringen, ohne dass ich sie zum Stehen bringe. Bis jetzt, das erste Mal, dass ich so eine Dauerbergstrecke mache, würde ich sagen, mache ich es gar nicht so schlecht. Geht sicher besser, aber immerhin, mir ist der Dampf noch nicht ausgegangen. Wir werden nach wie vor ein ganz klein wenig schneller. So, die beiden Innekdoten mache ich mal wieder zu. Ja, wobei... Den linken lasse ich offen. Ja, sehr gut. So muss das sein. Und der Fahrgast da hinten kriegt überhaupt nichts mit von dem ganzen Stress, den die Leute vorne haben. Habt ihr denn den Lieblings-Dampflok? Wenn ja, welche ist es denn? Und warum? Also, ich bin aufs Hohentag. So, ich versuche hier zugehen. So, jetzt geht's mir das angefangen. Dann komme ich mir auf. So, jetzt kommt es mir auf. So, jetzt kommt es mir auf. So, jetzt geht's mir auf. Ich bin nun ein 1,50er. Warum ausgerechnet die beiden? So, in einem 1,5 Kilometer kommt eine Marke, wo wir drüber müssen. Wenn es um 13.03 Uhr schon sein soll, jetzt haben wir es um 13.15 Uhr. Soviel zur Performance. Achso, meine Performance. Negativ analog. Wir stehen eigentlich mit dem Fahrweg oder Fummel. Und ein bisschen runtergehen. Nicht mehr viel. Oh, Ebene-Stelle. 011, 066, Öl gefeuert. Da singe ich einfach ganz der Zwiebner ab. Schlot live ist das ein bisschen fähig. 0,50er-Aude-Kabine auf dem Tender. Meins ist einfach eine Schönheit. Ja. Ich finde aber auch die 05er nicht schlecht. Vor allem die Blechen vorne. Das ist mein Favorit. Aber wenn es bei mir um Platz Nummer 1 geht, dann ist es keine deutsche Dampflokomotive, sondern eine englische. Und zwar ist es der Flying Scotsman. In grün. Ich finde es eine wunderschöne Dampflokomotive. Also, we'll be climbing up to the summit from this point. Soll heiß, es wird noch steiler. Ernst jetzt? Nein. Nein. Ja, geil. Jetzt wird es hier noch steiler. Ah, das Spiel hasst mich. Okay, jetzt noch Druck. Fuck, das ist stark fallend. Ah, wir müssen zurückgehen. Naja. Wir werden langsamer. Unmöglich. Da wird sich mein Pro Stunde zalten. Abonnieren. Interessante. Wir werden erst mit nach unten ver thrown bei uns. Ja. Ach, wir müssen zurücknehmen. Und dann wird es einen Moment über den Knoten. Oh, ja. Ja, wir müssen zurück. 3,7 Meilen muss ich aushalten. Das wird nichts. Welche Einschnitte haben Sie immer? Ungefähr 40. Ich darf jetzt bloß nicht so tief fahren mit dem Kesseldruck. Aber ich glaube, wir werden jetzt irgendwas mit 20, 25 Meilen pro Stunde nicht auf den Berg hochkrebsen. Und mit den 12 Wagen da hinten. Ich glaube, ich werde es nicht schneller. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ich stehe voll im Eisen. Aber ich kann nicht noch mehr Druck vorn rauf gehen. Weil sonst glaube ich kaum Druck mit dem Kessel. Ich verliere es ja jetzt schon. Aber über 20 würde ich schon noch gerne bleiben. Hauptsache eine Pfeiftafel hier. Bis da eine Gefahrstelle kommt. Und erst mal einen Kaffee holen gehen. Ah, ich hätte es in Doppeltraktion fahren sollen. Ja, langsam. Jetzt ist es gerade steiler worden. Also spätestens morgen kommen wir dann oben an. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So. Ich weiß nicht, wie man da noch schneller hochkommen könnte. Aber die Lok schafft es einfach nicht, mit so vielen Wagen hinten dran. Das ist jetzt gerade so der Sweet Spot für die Zylinder. Das ist noch 2,5... Ah, noch 2 Meilen. Wie weit ist denn da noch? 15 Meilen. 33 Meilen bis nach Karla ist... Aude, Shit. Shit. Lauer. Alles, was ich an Heizleistung habe, ist an. Ja, Leistungsgrenze. Also wenn es jetzt gar nicht mehr gehen sollte, dann werden wir vielleicht ein paar Wagen stehen lassen. Wenn wir an 1,8 Meilen... Wetten bitte jetzt abschließen. Schaffen wir es bis zum Gipfel oder nicht? Gesseldruck wird weniger. Ich darf den echt nicht weiter fallen lassen. Ich brauche den Druck. Nee, bloß nicht. Ich war hungern auf der Strecke. 204 PSI wäre noch schön gewesen. Jetzt sind aber noch 10 drunter. Jetzt wäre es schön, wenn wir vielleicht hinten eine Diesel-Lock hätten. Und man muss sagen können, der drückt mal ein bisschen. Wenn wir vorankommen. Das ist 13,10 da sein. Es ist jetzt 13,27. Ich würde es aber echt interessieren, wie viele Tonnen da hinten dran hängen. Man sieht es halt leider nicht, zumindest wenn man sich in der anzieht. Ja, wir schaffen das. 1,3 Meilen noch. Wir sagen jetzt, das ist jetzt eine Fototour. Wir fahren jetzt extra langsam, damit die ganzen Passagiere hier schön Fotos machen können. Und es ist eine atemberaubende Landschaft. Maximal grün und Wald und ja, grün halt. Für die Bahn-Fans ist es eine unglaublich langsame, lange, langsam Fahrstelle. Für mich der Wagen müsste dran stehen am Wagen. Boah. Ob ich das jetzt einfach so sehen kann. Warte mal, vielleicht am letzten Wagen. Da habe ich ja Freisicht. Und da steht aber nichts dran. Wir haben aber auf der Seite so ein Plakett dran, wie die Statistiken sind von dem Wagen. Da steht aber nichts. Vielleicht bei dem hier. Nee, auch nicht. Nö. Außer jemand von euch. Schaut mal ganz kurz was an der Seite mittig unten. Da steht irgendwie gar nichts. Auf der anderen Seite. Nö, da ist gar nichts. Okay. Einer von euch macht mal bitte ganz kurz Google auf und schaut mal, was so ein MK1-Wagen im Durchschnitt wiegt. So Plus, Minus. Und das rechnet dann mal 12. Uh, wir haben ein bisschen Druck aufgebaut. Komm, 0,72 Meilen. Können wir endlich Gas geben hier. Ob es nach 80er Beschränkung kommt hier. Da bin ich noch weit runter. Ich werde so gerne mit der Klasse 86 unterwegs. Oh, wird schneller. So. Zweiter Injektor geht auf. Damit kühlen wir uns zwar ab, aber wir brauchen Wasser. Wasser. 37%. Was auch da das Schauglas dazu. Ja. So. Wir brauchen Wasser. Wasser. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich hab gar nicht aufs Signal geachtet. Wenn wir jetzt hier rot kriegen, das wär's jetzt noch. Ganz so blöd wär's gar nicht. Das Wasser fassen. Aber im Scenario hat's geheißen, wir haben Freifahrt. Fürs Erste. Ja. Und jetzt kriegen wir auch Geschwindigkeit. Nice. Jo, Leute. Wir haben's geschafft. Langsam aber doch. Mit einer echt krassen Verspätung. Ja. 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 Okay, war die Benotung von 1 bis 5. 1 ist das Beste. Waiting von der Bergtart. Oh ja, jetzt wird er super ergaben. Endlich. extensively. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann erstmal schauen, dass wir auf die 70 kommen, fahren Max von der Lok, und das dann irgendwie halten. Warten jemand von euch schon mal auf eine Dampflag drauf, und hat nochmal bei einer Fahrt mitgeholfen, als Heizer. Also ich für mich bin nur einmal mitgefahren, aber nur so passiv zum Zuschauen. Aber den Job als Heizer, puh, Respekt auf, dass er die ganze Fahrt drüber machen muss, vor allem bei so Bergfahrten, danach brauchst du ja keine Wurke mehr. Hier wichtig ist nichts zu finden von dem K1-Wagen. Okay. Schade eigentlich. So, zweiten Injector machen wir zu. Und den ersten dann auch gleich. Oh, geschet. Jetzt ist er am Wackeln. Okay, wir machen den ersten Injector auch zu. Geben dabei noch ein bisschen Leistung. Überdruck mit dir ist abgegangen. Absolutes Fahrmachs von der Lok. Ist ja eigentlich voll gemütlich in diesem alten Wagen. Das sind so Sessler, wo man richtig drin versinken kann. Jetzt bräuchte man nur noch irgendwie einen Anschluss fürs Handy und so, und dann perfekt. Wird mir ausreichen. Was ist denn da in der Eco-Jahr? Selbst ein Diesel wurde mir gestrichen, um die Gleitfahrten zu sparen. Oh, schade. Und was fährst du denn so? 442, 442, 442, 442, 442, 446. Also eine schöne Auswahl. Okay, wir gehen mal runter mit der Leistung hier. Das ist nochmal minimal offen. Für die Schmierung. Oh, der dreht sich gar nicht. Noch nicht. Auf der anderen Seite zu. Sollte es sich eigentlich drehen. Sollte es sich eigentlich drehen. Das könnte jetzt aber ein Glitch sein von TS Classic. Normalerweise sollte es sich das Teil da vorne hier drehen. So, machen wir ein bisschen Cinematic hier. Ja, schön von der Seite. So, da ist mir wieder Zeit für Wasser. Machen rechts auf. Ja, und Injector auf. So, gehen wir rein. weniger Windgeräusche. Wobei, ich finde es einen ganz coolen Effekt, dass wenn man von der Seite rausgeht, dass man diesen Windeffekt hat. V-100-Hybrid. V-100-Hybrid. So, Fahrplan. So, Fahrplan. So, Fahrplan. 19 Meilen noch bis Skala ist. So, das ist auch das Guckglas. So, wir beobachten. Ein bisschen weniger als die Hälfte momentan. Das ist gerade ein bisschen störend, dass die Lok da so extrem am Hüpfen ist. Das ist gerade ein bisschen mehr als die Hälfte momentan. Wir könnten eigentlich mal in die Wagenkamera reingehen, auf die andere Ansicht. Sieht da immer wieder mal geil aus. Das Schöne ist jetzt, weil der WC-Mail hat so viele neutrale Sektionen, die können uns alle egal sein, wie der Dampf flogt, gerade durchbreitern, was gerade geht. So, das Maximum ist schon ein Gas. Da sind wir auf über 20. Gehen wir ein bisschen nach oben. Auf die 30 hin. Das hat es aber nicht gebracht. Wir werden jetzt noch mal den zweiten Injektor anmachen. das war jetzt dann über zweieinhalb liter pro sekunde vor den lockt rein was zum ich glaube hier fehlt eine brücke also so ansatzweise ansonsten wäre es eine unglaublich dünne brücke so 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 eigentlich schade dass wir jetzt nicht einmal ein abs träger gehabt haben jetzt noch spannend gemacht wobei für mich eigentlich nur zum nachteil hätte ich wohl eh nur wieder die zonksbremsen kriegt so cinematic mit 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 Was? Ganz schönes Delay in deinem Sound. Hä? Also immer Ferndelay? Also eigentlich sollte der Gemsound nicht zu arg tonversetzt sein. Oder meinst du jetzt die Verspätung? Ach so. Ah. Okay. Wow. Ja. Die Soundalerts habe ich schon mal getan. Überhaupt gar nicht an. Gehör sie gerade nicht. Also wenn ich da was gedrückt habe, tut es mir leid. Die sind bei mir gerade zu stoppen. Sobald wir dann in Kala ist ankommen sind, werde ich jetzt mal 10 Minuten Pause machen. Dann wird es weitergehen laut Fahrplan auf der West-of-England-Mainline. Und zwar mit einer River Bullet Lake Pacific. Die ist mehr als doppelt so stark als mit dieser Lok. Und da wird dann aber eher die Channel sein, anzuhalten. Ich habe es schon ausprobiert. Ich bin da nicht so ganz gut in Anhalten, wenn es berg nach unten geht mit der Dampflug. Und Vakuum bremsen. Der dritte Fest. Ja, sieht man. wird super und aber wisst ihr was wir könnten eigentlich ein kleines voting machen wenn ich jetzt in carlis ankommen bin soll ich dann in ts classic die zweite dampfrunde machen oder soll man rein in simrail machen oder sogar das ftl oder simrail keine ahnung aber machen wir es ganz einfach ts classic weitermachen oder simrail weitermachen und was ich dann in riemann machen wo der ts classic sei dahingestellt ihr dürfts abstimmen es ist schon mal zwei kommentare für simrail big boy hätte ich auch im petto aber da brauche ich ein bisschen mehr training für die big boy ich habe auch die pro variante von der challenger und dies haben wir so richtig böse also ganz ehrlich als ich mir die die probe lernt die von der challenger kohlt habe und dann drin war und die ganzen regler gesehen habe da dachte ich mir was zum teufel ich bin dann mit dem autofahrer gegangen und der war noch zu wenig weil ich meine das muss ich hier an controls auf an der lobe das ist ja noch gar nichts von dem was die challenger die big boy hat ich meine die beiden haben einfach mal das 40 fache an controls und am dampf regeln ist überschaubar ich habe hier meine zwei nektoren die pfeifen druck anzeigen ich habe den tempers hier unten wasserlektoren auf der hinteren seite dann habe ich hier drüben noch die bremse mit dem druck aufbereiten und das war's defaktor aber big boy challenger kannst du vergessen also erst mal studieren die beiden looks ja ich glaube auch also dann werden wir danach sie zocken und werden ich dann meine zehn minuten pause ihr macht dürfte auch noch entscheiden ob ich in zimmer fdl mach oder ob ich fahr bei der beides aber ja die entscheidet einmal was ist was wir dann da tun so sieben meilen noch dann sind wir da hau die shit wir haben zu viel wasser drin zu machen aber scheiße ich hoffe ich kriege jetzt keine wasserne zylinder rein wenn ich das mache oder habe dann zerreißt es mir den zylinder und dann ist game over das kommt vom ganzen reden wenn man den einmal nicht aufpasst loks sei bitte lieb und zerreißt ich nicht aber schon kass ich glaube wir sind mit 3000 oder 4000 galonen gestartet und jetzt immer bei 1600 47 fdl bei sime macht zwar spaß aber heute kommt man da noch nicht zu entschwitzen also zum teil doch irgendwie zu wenig groß ja vor allem der fahrplan ist halt ziemlich steril es passiert immer das gleiche nichts besonderes drin es bräuchte dann irgendwie so kass im fahrpläne wurde dann vielleicht zum beispiel manöver oder sowas drin hast aber jetzt ist einfach stumpf oder stunde zug von a nach b und da musste vielleicht mal woanders sind guten und das war's und wenn du dann die station also zwei drei vier stunden macht hast dann kennst du den fahrplan auswendig und da kannst du faktor gar nichts mehr falsch machen das geile ist in dem letzten update haben sie sogar implementiert dass du den zug nicht mehr falsch schicken kannst sprich wenn du die falsche fahrstraße machst dann wird dir einfach wie erktet nächste meldung und dann mussten heute richtig schicken ich verstehe warum sie das gemacht haben damit halt die ganzen toll zu setzen die ganze strecke nicht mehr anlegen können aber andererseits nimmt es ein bisschen die challenge weg also ich hoffe das wird nicht permanent so bleiben weil ich hätte das fdl schon gerne meine freiheiten und keine ahnung vielleicht sagt man irgendwie von level eins bis drei dann hast du diesen schutz drin und dann sagt sie okay du kannst den da nicht da hinschicken was falsch ist und oben drüber wird es dann irgendwie frei und dann hast du wirklich das feeling als fdl dann machst du auch mal fehler und dann kann man vielleicht auf dem zug dann oder der nächste fdl beispielsweise dann sagen hey moment das ist irgendwie falsch ich muss irgendwie anders fahren keine ahnung irgendwie sowas aber zu straight forward darf das dann nicht werden wenn ich dann gibt es später verschiedene server ja möglichkeit wer da also es ist abhängig von den entwickler wie sie das ganze dann umsetzen werden ich hoffe sehr sie zu nutzen das ganze potenzial besetzt dahinter steckt hinter sim weil und ich hoffe auch das darf der games mal so richtig ins schwitzen kommt durch sim weil sie dann endlich mehr gas geben so zurück in die loch vier mal noch dann haben wir es geschafft also und also ja jetzt Ich muss mal ganz kurz das Interface ausblenden für ein Screenshot. So, Screenshot ist gemacht. Ich bin glücklich. Lazy LC den Güterbereich. Du meinst jetzt aber nicht den Bereich links, was du im SBK siehst, oder? Weil der ist ja komplett demontiert. Das werden sie garantiert nicht reaktivieren. Oh, davon kommt 20. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob ob Kala ist ein Kopfbahnhof. Vermutlich schon. So, nee, ist kein Kopfbahnhof. Aber wir müssen bremsen. Ah, bei den Armstrong Powers war es richtig geil, die Bremsen. Ah, Big Flower, bitte angehen. Einmal rüber. Dankeschön. Hm. Okay. Sollte Okay, wir haben es geschafft. Finally. Mit etwas über 25 Minuten Verspätung. Ich glaube, das ist die größte Verspätung, die ich je in TS Classic hatte. Okay, aber jetzt gehe ich nach dem Water Level Body. Geil. Heche. Heche. So, der Name. Oh mein Gott, vielen lieben Dank für den Sub, das freut mich sehr, Dankeschön. Schöne Bonovir. Ladies and Gentlemen, wie ist es denn angekommen? Ich kann leise, ah, schön. Ah, was für eine Fahrt, also die Bergfahrt, die war echt schlimm, aber wir haben es geschafft. Aber mir wird es schon interessieren, wie man die irgendwie besser machen kann, wobei ich denke, ich war halt voll an der Leistungsgrenze von der Look. Da ging es nicht mehr, aber ich nehme die Part. Ja, okay, Scenario fehlt, war klar, also mit der Mega-Verspätung, okay. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist, ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server, Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Video und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Brabura, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.